Herr Katzmann, Sie sind seit vielen Jahren als Musiker erfolgreich mit einem breiten Repertoire von Pop bis hin zu spiritueller Musik. Sie sind aber auch Autor von zwei Büchern. Das erste davon ist eine Biografie mit dem ungewöhnlichen Titel Zwei Minuten Ewigkeit. Sie schildern in dieser Biografie ein Nahtoderlebnis, das Sie im Alter von 20 Jahren hatten. Was genau ist damals passiert? Ich war damals Student im Lehrerseminar. Ich wollte mich zum Primarlehrer ausbilden lassen. Das war ein wunderschöner Samstag, Vormittag, 17. Juni, wolkenlos und ich war Motorradfahrer. Ich sattelte also mein Stahlpferd, um in das Seminar zu fahren. Da schlugen zwei Seelen in meiner Brust. Die eine sagte, ja, geh, mach deine Ausbildung und die andere, komm jetzt, lass das mal sein, fahr mal in die Jubachhügel hier und kurv da ein bisschen rum. Ich habe mich dann für die freiheitliche Variante entschieden. Ja, und kam nicht weit. Da war so eine Unterführung, wo die Hauptstraße oben drüber fährt und da man da so durch so einen krummen Tunnel durchfahren muss. Das war immer meine Lieblingsecke. Da konnte ich mich so richtig reinlegen mit einem 80er, aufkratzen am Morgen. Nur an diesem Morgen war oben an der Kreuzung ein Stau und die Wagen, die standen da in dieser Kurve, aber da sieht man keine vier Meter weit. Und ich raste da mit einem 80er Stundenkilometer genau in so einen stehenden Amerikanerwagen rein und prallte da mit voller Wucht in das Heck dieses Wagens. Und mein Motorrad wurde unter diesem Wagen geschleudert quasi. Und ich auch. Und da lag ich also plötzlich da und wusste nicht, was ist denn jetzt passiert? Wieso sehe ich jetzt plötzlich eine Hinterachse vor mir? Und wieso dröhnt jetzt mein Motorrad mit Vollgas neben mir? Das heulte da immer noch Vollgas und der Tank war kaputt, da lief Benzin raus. Und ich dachte, wenn jetzt irgendwie was passiert, dann verbrenne ich hier. Also es war ein furchtbarer Panikmoment. Und ja, ich konnte nicht mehr atmen. Vom Aufprall waren meine Rippen eingedrückt. Die waren dann so in die Lunge rein und war alles kaputt. Milz, Leber, Muß. Tja, ich lehnte mich auf gegen dieses Schicksal. Ich war zornig im ersten Moment. Ich konnte nicht mehr atmen. Ich erstickte eigentlich jetzt gerade und dachte, wieso ich? Ich bin jetzt erst 20. Wieso? Es sterben tun doch nur alte Leute. Wieso, soll ich jetzt schon sterben? Weil ich spürte, jetzt hat mein letztes Stündlein geschlagen. Und in dem Moment größter Auflehnung und Panik kam eine unbeschreibliche Ruhe über mich. Und es öffnete sich ein Zeitfenster, sage ich mal. Es war, als würde die Zeit stehen bleiben, wie in dem Walt Disney Film von Don Röschen, wo die ganze Belegschaft in dem Moment stehen bleibt und hundert Jahre verharrt in der Pose. So war das. Die Zeit blieb stehen und ich erlebte mein Leben noch einmal bis zu diesem Zeitpunkt. Und zwar zweierlei. Einerseits erlebte ich es selber noch mal. Ich sah meine Geburt, ich erlebte sie, ich lernte laufen, ich lernte schwimmen, ich lernte lesen. Und alles erlebe ich wirklich noch einmal. Und andererseits war ich nebendran und beobachtete das alles. Also ich war zwei Personen, eine Erlebende und eine Beobachtende. Und als ich da durch war und wieder im Moment angekommen war, spürte ich ein liebevolles Wesen neben mir. Ich kann es nicht anders beschreiben. Da war niemand. Aber ich spürte eine sehr, sehr starke, liebevolle Ausstrahlung von jemandem. Und dieser jemand dachte zu mir in Gedanken, so, jetzt hast du das noch mal gesehen, wie beurteilst du jetzt dein Leben? Freundlich, nicht so. Und ich machte dann natürlich ehrlich meine Meinung und sagte, ja, aus diesen 20 Jahren habe ich jetzt nicht viel rausgeholt. Ich habe dieses Geschenk des Lebens eigentlich auf eine Art verplempert. Und ich spürte dann ein – klingt jetzt komisch, wenn man das so sagt – ich spürte ein Lächeln, ein liebevolles, verzeihendes Lächeln. Und mir wurde dann gesagt, ja, das ist jetzt deine Meinung. Du wirst aber nicht be- oder verurteilt, für was du gemacht hast, sondern es zählt allein das Erleben und deine Sammlung von Erfahrungen. Und die hast du jetzt gesammelt und hast eine Einsicht gewonnen. Gut. Und in diesem Moment war das Zeitfenster wieder zu. Ich war wieder unter diesem Magen und fiel in eine Bewusstlosigkeit. So, ich hörte noch knapp ein Martinshorn vom Krankenmagen und dann war ich weg. Ich erwachte erst während der Operation auf dem Operationstisch. Ich war ja unter tiefster Narkose und ich war auch so nicht mehr lebensfähig. Und plötzlich war ich beim hellsten Bewusstsein. Und zwar war ich nicht mehr in meinem Körper drin, sondern ich nahm meinen Körper von der Decke aus schwebend wahr. Ich sah all diese Leute, die da mit mir beschäftigt waren – der Chirurg, der Anästhesist, die Krankenschwestern, alle mit den vermummten Gesichtern. Und ich guckte da auf mich runter, ich sah mich da liegen mit aufgeschnittenem Körper. Und in diesem Moment hörte ich den Arzt ganz aufgeregt rufen, jetzt hat es ihm die Pumpe abgestellt, also das Herz. Jetzt hat es ihm die Pumpe abgestellt, bringt sofort den Elektroschock-Apparat. Da sah ich, wie die da eine Maschine brachten und anfingen, mir Elektroschocks zu geben. Und ich dachte, das ist ja gar nicht nötig. Für mich ist der Fall klar, ich bin tot. Ich schwebte dann zu dem Arzt runter und wollte ihn am Arm packen und sagte ganz laut, Herr Professor, Sie können aufhören. Ich bin tot. Merken Sie das denn nicht? Es ist okay für mich, hört auf. Aber ich fuhr mit meinem Arm durch seinen Körper, weil ich ja gar keinen richtigen Arm mehr hatte. Und er hörte mich nicht. Aber was mich damals erstaunte, war, dass ich alle Gedanken dieser Anwesenden wie ein lautes Gespräch wahrnahm. Ich kann nicht sagen, hörte. Ich nahm es wahr. Was die dachten, war für mich präsent. Ich nahm es wahr. Und da ging auf, ich bin ja gar kein körperlicher Mensch mehr. Ich bin jetzt offenbar ein Geistwesen. Aber mein Bewusstsein und mein Ich-Bewusstsein ist noch da. Ich nehme wahr. Ich sehe meinen Körper. Ich existiere auch außerhalb dieses Körpers. Hat dieses tiefgreifende Erlebnis auch in irgendeiner Form Ihre künstlerische Karriere beeinflusst? Ja, im ersten Moment nicht. Also ich habe ja nach meiner Genesung, die sehr lange dauerte, fiel erst mal in eine tiefe Depression, weil ich nicht mehr in dieses Leben zurückfand. Es ist nicht so, dass ich mich gleich sofort wieder umbringen wollte, um wieder in dieser anderen Welt zu sein, von dem wir ja vielleicht noch reden, was ich da erlebt habe noch. Aber ich fand mich nicht mehr zurecht hier. Das hat mich so erschüttert, dass ich nicht mehr wusste, wo ich hingehöre. Gehöre ich jetzt in eine andere Welt oder gehöre ich jetzt hierher? Ich habe dann eine Psychoanalyse gemacht, zweieinhalb Jahre lang, freiwillig. Ich ging zu einer Psychologin und die hat mich nach Freudschum musste, wirklich. Die hat mich nie etwas gefragt, die hat überhaupt nie etwas gesagt. Sondern ich musste von selber alles entwickeln und über mich reden, meine Träume usw., was mich sehr fasziniert hat. Ich habe mich damals gut kennengelernt und habe dann erst mit der Zeit realisiert, was mir da wirklich passiert ist. Und es hat mich sehr erschüttert, sodass ich nachdenken musste und mein ganzes Leben forschen wollte, wie kam es, dass ein 20-Jähriger aus seinem Leben gerissen wird. Sein Herz steht still. Er ist aber immer noch bei Bewusstsein in einer anderen Form. Ich habe mich dann medizinisch ausbilden lassen. Ich habe mit Ärzten, mit Priestern, mit Seelsorgern, mit allen möglichen Leuten nach Antworten gesucht. Und die medizinische Variante ist natürlich, ja, das Blitzgewitter im Gehirn und die Endorphinausschüttungen, die wirken, da solche Halluzinationen. Aber ich musste das verwerfen, weil für mich war es keine Halluzinationen. Ich hatte ja auch schon Drogenerfahrungen, LSD war für mich auch schon durch. Und ich weiß, wie man sich fühlt unter Halluzinationen. Und das war es nicht. Das war wirklich etwas ganz anderes. Für viele Menschen, die solche Erfahrungen machen, ist es sehr schwierig, darüber zu sprechen. 1972 gab es ja auch den Begriff Nahtoderfahrungen noch gar nicht. Wie war das bei Ihnen? Haben Sie sofort Menschen gefunden, mit denen Sie darüber sprechen konnten? Ja, das war ja der springende Punkt. Ich fühlte mich so allein mit diesem Erlebnis. Kübler-Ross gab es, glaube ich, noch nicht. Der Dr. Moody mit seinem Leben nach dem Tod, ich glaube, das Buch war gar noch nicht geschrieben. Und es gab niemanden, mit dem ich darüber reden konnte. Und ich fürchtete auch, mich mit jemandem darüber auszutauschen, weil ich dachte, ja, wenn du das erzählst, dann wirst du als Spinner angesehen. Und dieses Erlebnis war für mich grandios. Es war, ich möchte fast sagen, heilig. Und deshalb konnte ich es nicht vor die Säue werfen und mit irgendwelchen Leuten darüber plaudern. Sie haben angedeutet, dass Sie noch tiefere Einblicke in diese Jenseitswelt bekommen haben. Was haben Sie noch erlebt? In dem Moment, wo ich merkte, dass ich hier in diesem Operationsraum nichts mehr ausrichten konnte, wurde ich mit einer sanften Kraft aus diesem Raum weggezogen und befand mich dann in einer Art Weltall. Das muss ich jetzt hier beschreiben. Es war ein dichter Nebel, der mich umgab. Und dieser Nebel war aber nicht von der Konsistenz her, wie wir ihn kennen, so Wassertröpfchen oder was, sondern der war angereichert mit Wissen. Das heißt, um mich herum war das geistige Wissen und ich war ein Teil davon. Man muss sich das so vorstellen, wie wenn man einen Tropfen Wasser in das Meer reingibt, dann wird dieser Tropfen selber zum Meer. Und so wurde mein kleines Bewusstsein verschmolz mit dem Allgemeinwissen, mit dem Allwissen, muss ich jetzt sagen. Und ich wusste in diesem Moment, wann die Welt erschaffen wurde, wann sie untergehen würde. Es war einfach alles da. Einfach, was man wissen kann, ich war ein Teil davon. Aha! Und das Zweite war die Zeitlosigkeit. Es gab keine Zeit. Es gibt kein Vorher, Nachher, sondern ein Alles-ist-immer-da-Zustand. Und das war für mich unglaublich zu sehen, dass es gar keine Zeit gibt, sondern dass alles eigentlich immer ist. Und das Dritte war dann eben das berühmte Licht, von dem wir vielleicht auch noch reden werden. Wie ist es Ihnen mit der Verarbeitung dieser Erlebnisse gegangen? Wann haben Sie dann begonnen, darüber zu sprechen? Mit wem konnten Sie darüber sprechen? Ja gut, zuerst redete ich ein paar Jahre später mit meiner Psychoanalytikerin, Ich erzählte einfach das Ganze noch einmal. Aber das war ja nicht ein Gespräch. Eine Analyse in diesem alten Sinn ist ja kein Gespräch. Zum ersten Mal mit Menschen darüber geredet habe ich als ein Spitalpfarrer, dem ich offenbar seinerzeit mal was angetönt hatte, der mich da besuchte. Der lud mich ein, vor totgeweihten Patienten in dem Spital vielleicht darüber mal zu sprechen. Und ich sagte nach einigem Zögern zu und traf da eine Runde von zehn, zwölf, fünfzehn Menschen jeglichen Alters. Da waren auch Jugendliche dabei, die an Leukämie litten und nicht mehr lange zu leben hatten. Ältere Menschen, normale 40-Jährige. Und die alle wussten, jetzt kommt dann der letzte Moment auf mich zu. Und ich erzählte denen zum ersten Mal in meinem Leben, acht Jahre nach meinem Unfall, meine Geschichte. Und die war sowohl für mich als auch für die Anwesenden, die noch nie so etwas gehört hatten, sehr befreiend. Und am Schluss stand ich auf und wir alle weinten und ich gab allen die Hand und sagte ihnen auf Wiedersehen. Aber nicht hier. Und die waren so froh und glücklich, dass jemand mal kam und über dieses Thema redete. Und auch für mich war es eine Befreiung. Ich konnte das endlich mal loswerden. Im Jahr 2015 erschien von Ihnen ein Buch mit dem Titel Du bist unsterblich. Und Sie widmen sich darin sehr ausführlich den typischen großen Sinnfragen unseres Lebens. Das Buch trägt den Untertitel Warum wir leben und sterben, leiden und lieben. Welche Antworten haben Sie denn auf diese großen Lebensfragen gefunden? Ja, was mich natürlich die ganzen Jahre jetzt antrieb. Für mich war völlig klar, weil ich es erlebt hatte, dass das Bewusstsein nicht von diesem Klumpen Fleisch hier oben erzeugt wird. Sondern das Bewusstsein ist eine Existenz für sich. Nimmt sich eine Zeit lang einen Körper, um Erfahrungen zu machen und verlässt ihn wieder. Das war für mich klar. Da musste ich nicht nachdenken drüber. Das habe ich begriffen. Aber was mich beschäftigt, ist das Warum. Warum müssen wir geistige Wesen eine Zeit lang in einem Körper gezwängt hier in dieser materiellen Welt Erfahrungen machen, Enttäuschungen erleben, das Böse kennenlernen, das Gute kennenlernen, Schmerzen kennenlernen usw. Warum? Das hat mich angetrieben. Deshalb habe ich mich auch überall orientiert. Ich habe mich mit allen Religionen eingelassen. Ich habe mich mit Mormonen, mit Zeugen Jehovas. Ich habe die Bibel von hinten nach vorn gelesen. Ich habe den Koran studiert. Ich habe psychologische Bücher gelesen. Ich habe ein Zimmer voll Bücher zu Hause. Ich suchte nach Antworten. Warum? Da man natürlich in der Naturwissenschaft keine dieser Fragen beantworten. Die Naturwissenschaften beschäftigen sich ja vorwiegend mit dem Wie, aber nicht nach dem Warum. Da wurde ich nicht fündig. Ich musste natürlich spirituelle und religiöse Schriften lesen oder mit solchen Leuten reden. Ich habe natürlich auch sehr, sehr viel darüber selber nachgedacht. Ich schreibe jedes Tagebuch mit vielen Gedanken drin. Mit jeder Frage, die ich antwortet bekam, kam mir eine neue Frage. Und so zog sich das 40 Jahre hin, bis ich dieses Buch geschrieben habe, was aber auch nur eine Station meiner Forschung ist. Wenn Sie mich jetzt fragen, sagen Sie doch jetzt kurz die Antwort auf das Warum, bin ich überfordert. Ich kann das nicht in knappe Worte fassen. Deshalb habe ich es auch in einem Buch hintergelegt. Aber es geht natürlich darum, dass wir Erfahrungen sammeln, um uns … Nein, ich muss es anders anpacken. Gehen wir vielleicht zurück auf diese Lichterfahrung, von der ja eigentlich alle Datoderfahrenen sprechen. Gut. Ich sah also, als ich in dieser anderen Welt war, eine Art Horizont und da war ein sanfter Schimmer, wurde da hell. Und dieser Schimmer, den ich als Licht wahrnahm, war aber nicht in erster Linie ein Licht, sondern es war eine Energie, eine Energie der Liebe, die so stark war, dass sie leuchtete. Nehmen wir mal eine Glühlampe. Da wird ja auch Energie reingepumpt. Es beginnt ein Faden zu glühen, aber dieses Glühen des Fadens ist ja nur ein Abfallprodukt. Die wirkliche Energie wird ja umgewandelt in Wärme. Und diese Wärme ist eigentlich das Hauptprodukt einer Glühlampe. Und der Faden glüht, eine Nebenerscheinung. Gut. Dieses Licht war in zweiter Linie ein Licht. In erster Linie war es Wärme. Es war eine Energie, die mich überschwemmte mit so viel Liebesenergie, dass ich sie nicht fassen konnte. Es war, ich möchte es vielleicht so erklären, wenn man verliebt ist, sitzt man ja diesem Wesen oder steht diesem geliebten Wesen gegenüber. Man ist völlig kritiklos. Man sieht nur dieses makellose Wesen vor einem und diese Energie der Liebe strömt man aus und bekommt sie zurück. Man spürt diese Energie der Liebe. Und das habe ich damals auch gespürt, nur in einem ungeahnten Maß. Ich sage mal Millionen Mal stärker, als ich das hier von der Erderfahrung gewöhnt war. Und ich verplatzte fast. Und ich wusste, wenn ich jetzt noch näher an diese Quelle hingehe, kann ich diese Energie nicht fassen. Mein Gefäß ist zu klein, um diese viele Liebe auffangen zu können. Ich bin kein Elektriker, aber vielleicht kann ich das so erklären, wenn man in eine 25 Watt Birne einen gewaltigen Stromstoß reindrückt, dann verplatzt die ja, weil sie es nicht fassen kann. Aber der gleiche Stromstoß wird von einer 5000 Watt Birne aufgefangen und sie beginnt zu glühen. Ich merkte damals, der Sinn des Lebens ist ganz einfach, Liebe zu lernen, damit das innere Gefäß, Liebe aufnehmen zu können, groß wird. Und je mehr Liebe du aufnehmen kannst, das heißt, je mehr Energie dein Lämpchen verkraften kann, weil es größer und somit auch heller wird, desto näher kommst du zu diesem Urquell der Liebe hin. Ich will jetzt das Wort nicht sagen, das uns jetzt alle sich aufdrängt, dieses Licht mit einem Namen versehen. Aber ich spürte, es ist der Sinn des Lebens, Liebe zu lernen, sein Liebesgefäß zu vergrößern, um näher zu dieser Quelle der Liebesenergie hingehen zu können. Das ist doch eine schöne Antwort auf die Frage, eine kurze. Vielleicht habe ich mich ein bisschen umständlich ausgedrückt. Aber Martin Luther sagte doch mal, wes das Herz voll ist, es geht der Mund über. Und wenn ich von diesem Thema rede, ist mein Herz so voll, dass mein Mund übergeht. Sie sind ein spirituell orientierter Mensch. Wie ist denn Ihr Bezug zu den traditionellen Religionen? Ja, also ich bin ja sehr streng katholisch aufgewachsen. Meine Eltern waren sehr fromm. Ich ging jeden Sonntag zur Kirche, ging jeden Samstag zur Beichte, fand manchmal Sünden, damit ich den Pfarrer zufriedenstellen konnte, weil mir keine in den Sinn kamen. Und ich war wirklich sehr streng gläubig erzogen worden. Und ich habe auch von Kind an, von Kindsbein an, hat mich die ganze spirituelle Geschichte der Religion interessiert. Da wurde mir erzählt, dass es einen lieben Gott gibt, der dich liebt und der dir alles verzeiht. Gleichzeitig aber, wenn du nicht nach seinem Willen tust und auf Abwege gerätst, wirft er dich ins Höllenfeuer. Und da gibt es noch den Kettenhund Gottes, nämlich den Teufel. Der beißt dich dann und plagt dich, weil du dich nicht nach dem Willen Gottes verhalten hast. Und dann dachte ich mir, ja, ist er jetzt lieb und verzeiht mir? Oder ist er böse und ein Erbchenzähler? Die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen. Wie soll ich mir das erklären? Und ich konnte es mir nicht erklären. Und ich war verzweifelt dieser Ambivalenz der Erklärungen. Und ich betete damals schon zum lieben Gott beim Nachtgebetchen. Bitte, lieber Gott, lass mich eines Tages Gewissheit erlangen, worum es hier eigentlich geht. Und dann kam noch dieser Jesus Christus, der eigentlich gar kein Mensch war, sondern Gott persönlich als Mensch verkleidet. Und der erlöste uns dann von unseren Sünden. Aber er hat uns gar nicht erlöst, weil die Hölle gibt es ja immer noch. Wir kommen ja immer noch in die Hölle. Dann hieß es aber, du musst ja nur daran glauben, dass er der Erlöser ist. Dann bist du raus aus der Pertulie. Und du kommst dann sowieso in den Himmel. Und das ganze Durcheinander war für mich so unerklärlich, dass ich da nicht mehr ein- und aus wusste. Und dieses Geschenk wurde mir dann tatsächlich gegeben. Ich habe jetzt Gewissheit. Ich muss nicht mehr glauben, dass es eine Existenz nach dem Tod gibt. Und ich muss auch nicht mehr glauben, dass es eine Quelle der Liebe gibt, die man natürlich jetzt Gott nennen kann, wenn man will. Ich habe mich dann von den Religionen, die diesen Glauben bewirtschaften, ein bisschen entfernt, muss ich sagen. Ich bin immer noch ein sehr, also nicht mehr ein gläubiger Mensch, ich bin ein gewisser Mensch. Aber ich habe mich von den Mechanismen und von den Dogmen und von den Gesetzen und alles das, was einem da eingebläut wird, davon entfernt. Weil die Religionen sind ja eigentlich Brückenbauer zwischen dem Irdischen und dem Geistigen. Und ich merke, dass das ein bisschen auf irdische Weise ausgenutzt wird. Man übernimmt Macht über die Seelen durch diese Machtposition und bewirtschaftet jetzt dieses Thema Leben nach dem Tod, Glauben, Gott und so weiter. Und das ist mir nicht mehr so genehm. Verstehe ich. Menschen mit spirituellen Erfahrungen berichten oft von ihrem Eindruck, dass hinter dem Leben eine höhere Führung steht. Sie haben einmal in einem Interview von einer bemerkenswerten Begebenheit berichtet. Es ging um eine Uhrenreparatur, wo Sie sozusagen zufällig einem Unfall entgangen sind. Denken Sie, dass hinter solchen Zufällen wirklich eine Art Führung steht? Was haben Sie damals erlebt? Ja, also die Geschichte geht so. Meine Uhr war kaputt und ich brachte sie zu einer Uhrmacherin hier in der Stadt Basel. Und ein paar Tage später holte ich die wieder ab. Ich fuhr also in die Stadt mit dem Wagen und ging in die Tiefgarage beim Bahnhof, fuhr mit dem Licht hoch auf die Hauptstraße da und spazierte dann zu dem Uhrenladen. Und die sagte, ja, guten Tag Herr Katzmann, Ihre Uhr läuft hier wie geschmiert, bitte hier. Danke. Ich zog sie an, guckte drauf und sah, dass der Sekundenzeiger stehen blieb. Die Uhr zeigte aber genau die richtige Uhrzeit jetzt, aber sie ging nicht. Sag ich, Moment, die Uhr läuft nicht. Da geben Sie her, gucke ich mir an die Hand. Ich habe zurückgegeben, ja, ich habe eine neue Batterie reingetan, ich habe alles gemacht, die läuft. Sehen Sie, sie läuft. Ich habe gesagt, ja, tatsächlich, sie läuft. Ah, okay. Ich zog sie wieder an, guckte drauf, sie blieb stehen. Ich dachte, ja, Moment, gucken Sie doch mal, die Uhr steht. Ach ja, die steht. Ja, kommen Sie, geben Sie her. Ich zog sie wieder aus, gab sie der Dame und sie ging ins Hinterzimmer, um da was zu mechen. Und da kam noch ein Telefon rein und sie guckte auf die Uhr und murmelte. Aber sie bewegt sich doch, habe ich sie gesagt. Nach zwei Minuten kam sie zurück und gab mir die Uhr wieder und sagte, ja, Entschuldigung, sie läuft. Ziehen Sie sie doch mal. Ich zog sie noch mal an und siehe da, die Uhr ging. Ich sagte, okay, ich nehme sie jetzt mal mit und falls was ist, komme ich halt wieder her. Ich kam zu dem Lift und da war keine Tür mehr dran. Die Tür war eingebrochen. Es war zwei Minuten zuvor ein Schlepper mit einem Bagger um die Kurve gekommen. Der Bagger hat sich gelöst, der Anhänger mit dem Bagger hinten drauf und donnerte voll in diese Lifttür rein und drückte sie ein. Und wenn ich jetzt zwei Minuten zuvor vor diesem Lift gestanden hätte, hätte mich dieser Bagger reingedrückt. Ich wäre da den Schacht runtergefallen und könnte jetzt nicht mehr mit ihnen plaudern. Das hat mir zu denken gegeben, dieses Erlebnis. Zwei Minuten früher und die Uhr war einfach stehen geblieben, hat mich bewahrt vor diesem Schicksal. Und da habe ich mir auch gedacht, was ist da passiert? Weil die Uhr ging ja, die war nicht kaputt. Die hat einfach angehalten, durch irgendwelche Kräfte bewirkt, ich weiß es nicht. Und deshalb nehme ich schon an, dass wir nicht nur ganz allein auf uns gestellt sind, sondern dass wir in einem Austausch mit der geistigen Welt stehen. Und die besteht ja auch als Wesen, da sind ja Wesen. Unsere verstorbenen Eltern und alle die Menschen, die nicht gerade in einer Inkarnation stecken, die existieren. Und die können je nachdem auch Einfluss nehmen auf uns. Das ist ein spannendes Thema. Wie funktioniert die Einflussnahme der geistigen Welt auf die physische Welt? Haben Sie sich damit auch beschäftigt? Ja, natürlich. Es gibt ja viele Kontaktmöglichkeiten, die nicht hart sind. Das sind die weichen, die geistigen, die seelischen, Träume, Gedanken, Intuition, Gefühle. Alle diese Ebenen, die nicht fassbar sind, die sind so in einer Zwischenstation. Die sind so die Zwischenstation zwischen dem Irdischen und dem Geistigen. Und gerade ich als Künstler, ich lebe ja von der Intuition. Und ich habe schon oft die Erfahrung gemacht, dass wirklich, dass da was reinkommt. Ich bin zum Beispiel schon erwacht morgens um halb drei in meinem Bett und habe eine Melodie gehört. Die habe ich dann auf mein Handy gemurmelt und habe dann wieder abgestellt. Am anderen Tag habe ich das mir angehört. Ja, das ist eine schöne Melodie. Ich habe die dann bearbeitet, zu einem Song ausgebaut und die ist dann auf einer CD rausgekommen. Also ohne Intuition geht nichts. Auch Erfinder, ich meine, was heißt erfinden? Ich bin überzeugt, dass alles, die Erfahrung habe ich gemacht, alles, was man wissen kann, ist gespeichert, ist vorhanden in einem geistigen Pool. Und was wir machen, ist einfach so mit einem Röhrchen diesen Pool anzapfen und was raussaugen, in unser Gehirn nehmen und in Materie übersetzen. Ein Haus bauen zum Beispiel. Ein Haus baut sich ja nicht von selber. Da muss ja zuerst eine Idee sein. Und diese Idee muss auf einen Plan gezeichnet werden. Und der Plan materialisiert man ja dann. Es heißt ja schon in der Bibel, am Anfang war das Wort, also der Logos, habe ich mir sagen lassen. Und Logos heißt ja nicht nur Wort, sondern auch Wort. Logos ist ja auch ein Gedanke, eine Idee, eine Vorstellung. Ja, also am Anfang war die Idee. Und deshalb bin ich auch überzeugt, dass es stimmt, am Anfang war nicht die Materie, sondern die Idee von einer materiellen Welt, die man dann irgendwie realisiert hat. Also ich bin daher schon Spiritualist und nicht Materialist. Zwischen den traditionellen Religionen, die Erfahrungswissen oft ausklammern und Naturwissenschaften, die das Thema Bewusstsein bei uns weitgehend ausklammern, gibt es auch eine Vielzahl von esoterischen Strömungen. Was halten Sie von Esoterik? Esoterik ist ja eigentlich das Gebiet, das sich mit dem Unsichtbaren beschäftigt, also mit dem Nichtmateriellen. Und von daher habe ich eigentlich nichts gegen Esoterik. Eine Religion ist ja auch eine esoterische Disziplin. Man versucht sich ja mit dem Geistigen und dem Spirituellen auseinanderzusetzen und ins Irbische einzubringen. Esoterik macht ja das nicht anders. Was mich bei der Esoterik manchmal ein bisschen stört, ist nicht die Esoterik an sich, sondern ihre Anhänger, die dann so ins Träumerische, Schwärmerische abgleiten und nicht mehr bei den Fakten bleiben. Deshalb hat auch die Esoterik so einen schlechten Ruf wegen ihrer Kundschaft. Aber ich selber habe mich auch mit Esoterik auseinandergesetzt. Zum Beispiel Torwald Detlefsen, Psychologe und Esoteriker, hat mich sehr beeindruckt und auch beeinflusst. Und ich empfehle jedem, seine Schriften zu lesen. Schicksal als Chance oder Krankheit als Weg zum Beispiel. Also die Esoterik ist mir sympathisch. Was empfehlen Sie Menschen, die nach tieferen Einsichten im Leben suchen, aber trotzdem nicht auf irgendeiner Welle mitschwimmen möchten, um wacher zu werden? Ja, sicher mal nicht, sich des Lebens zu verweigern, sondern es zu leben, aber halt mit einem gewissen Bewusstsein aus allen Erlebnissen sich halt ein bisschen hinterfragen. Ich meine, ich selber habe ja dieses Erlebnis gehabt und ich habe das Licht gesehen. Ich weiß, was mich nachher erwartet, aber ich bin deswegen kein bisschen ein Heiliger geworden. Ich mache die gleichen Fettnäpfchen und Fehltritte und egoistischen Sachen. Das ist halt so auf dieser Welt. Also ich bin nach wie vor ein Sünder, wenn man so sagen will. Aber ich denke, man sollte halt immer ein bisschen hinterfragen in Hinsicht auf das Ziel, das ich jetzt kennengelernt habe, nämlich das Liebegefäß zu vergrößern. Sollte man sich einfach bei allem, was einem passiert im Leben, wenn man die Wahl hat, sich für die liebevolle Variante entscheiden und nicht für die egoistische. Das ist alles, was ich eigentlich da mitgeben kann. Aber es gelingt einem nicht immer. Sie haben sich gerade so nebenbei als Sünder bezeichnet. Sünde, was ist das für Sie? Ja, das ist auch eines dieser mysteriösen Worte, die ich als Kind schon nicht begriffen habe und hinterfragt habe. Sünde, was ist denn das? Sünde ist ja, habe ich gelesen bei Thorwald Detlefsen übrigens, eine alte Form des Wortes sondern, sich absondern. Eine Sünde ist eine Absonderung. Aber wovon? Vom Liebesprinzip. Wenn man sich versündigt, dann entfernt man sich vom Prinzip der Liebe. Und es gibt eigentlich nur eine einzige Sünde, die aber in verschiedenen Formen erscheinen kann. Es ist nämlich die Lieblosigkeit. Und die zeigt sich in Neid, in, ja gut, wir müssen das nicht alles aufzählen. Aber alle diese Dinge, die nicht auf die Liebe ausgerichtet sind, und das können Aktivitäten oder Gedanken sein, sind Sünde. Das heißt, sie entfernen einen vom Prinzip der Liebe. Und nicht zu viel Kuchen essen, das ist keine Sünde. Das macht vielleicht dick, aber es ist keine Sünde. Und das wird in der heutigen Zeit so ein bisschen verweichlicht. Also, Sündigen heißt, sich lieblos verhalten in irgendeiner Art. Und das passiert mir halt eben nach wie vor noch. Ich verhalte mich eben auch lieblos. Nicht, dass ich neidisch bin. Diese Sünde kenne ich nicht mehr. Aber es gibt noch verschiedene andere, wo man noch lernen kann. Viele Menschen, die spirituelles oder ganzheitliches Gedankengut pflegen, sagen als Essenz, es geht in unserem Leben um Verantwortung. Es geht um ein größeres Verantwortungsbewusstsein, das wir entwickeln sollen. Sehen Sie diesen Begriff der Verantwortung auch als essenziell? Ja, unbedingt. Es gibt viele Verantwortungen. Nämlich zuerst einmal die, die sich selber gegenüber, seinem Leben gegenüber. Es gibt viele Menschen, die geben die Verantwortung über ihr eigenes Leben gerne ab. Und sagen, ja, das ist mir jetzt halt passiert. Da kann ich nichts dafür. Da bin ich nicht verantwortlich. Aber ich sage, dein Schicksal ist dein Schicksal. Und du bist verantwortlich für dein Schicksal. Von da fängt es an. Und das Schicksal meint dich. Was immer dir passiert, du bist gemeint. Ob das jetzt ein Autounfall ist oder was auch immer. Du bist gemeint. Es ist persönlich gemeint dein Schicksal. Und damit muss man umgehen und sich auch schon sich selber und seinem Leben gegenüber verantwortlich fühlen. Und dann natürlich die ganze Umgebung. Die muss man einbeziehen in sein Schicksal. Seine Familie, seine Freunde, die Umwelt und so weiter. Wir haben Einfluss und haben deshalb auch Verantwortung. Diese Selbstverantwortung ist vielleicht auch ein ganz großes Geschenk, das uns in die Wiege gelegt worden ist. Ja. Und viele nehmen das nicht an. Von die vielen Versicherungen. So ein Blödsinn. Es gibt doch keine Versicherung. Man kann sich doch nicht versichern. Versichern heißt schlussendlich immer, sich dagegen versichern, dass mir nichts passiert. Haha, was für ein Leben ist denn das, wo nichts passiert? Es soll ja was passieren. Man soll ja was daraus lernen. Und das Finale trifft uns alle. Gegen das kann man sich nicht versichern. Herr Katzmann, vielen Dank für diese Einblicke in Ihre Erlebniswelt, in Ihre Erkenntnisse. Weiterhin viel Erfolg und herzlichen Dank für dieses Gespräch. Gerne. Dankeschön. Dankeschön. Danke. 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 Danke.